so leute willkommen zur vierten co-op mission und zwar hit and one wieder mit dem dark hole beziehungsweise mattes und jetzt geht es ja schon los haben wir gerade erstmal so voll gefehlt und so ja wir vorher noch gar nicht angefangen aufzunehmen wir haben ja quatsch gemacht und dann haben die auf einmal schon angegriffen es war zu überraschend für uns hit and one heißt es ja ne du stirbst so nachladen müsst ihr schloss weg ich komme ich hoffe meine waffe ist leer ich bin fast nur mit der nebenwaffe wo hier sind noch ein gegner ist noch ein paar gegner der eine war direkt neben uns wo bist du machte ich habe das ist aufgenommen da sie ja schon eh wissen dass wir hier sind ja gewisse kommt 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 zwei von er muss aufpassen die drüben sind immer sniper ja wir müssen wir trotzdem unter die du hier die treppe runter geht die ja wieder hoch erst mal hier aus den berufs schalten oh ja ich bin schon tot ich habe noch gar keinen schaden bekommen ich bin ich halb tot okay jetzt habe ich schon kommen aber nur leicht meiner meiner vielleicht kannst du mal kommen ist frei naja hier oben ist noch einer bekomme ich nicht down weil ich die zugekommen hatte die waffel schnell noch nachladen so durch einig kann sein gesehen aber es war ein bildung das war ich mir vorlese und war in der land und wozu 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 eine helfe braucht So einer, so ein, äh... Dings in der, äh... Kommst du? Ja, warte. Wo bist du denn? Hier, hinter dir. Wo? Ach so. Oh, Junge. Oh, Alter. Warte die Tür auf, warte die Tür auf. Dir wird doch eben angezeigt, dass wir durch die Tür müssen, oder nicht? Nein. Oh! Ich hätte nur ein Messer. Warte, ich muss regenerieren, Alter, sonst gehe ich im Moment down. Lol. Ich hab so ein... Geist, kannst du eine Ausnahme sehen, ey, so Buggy. Schmeiß, 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 schmeiß. Ich glaub so. Voll, 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 Buggy, Messer, Alter. Alter, komm. Komm, wir müssen auf. Ich hab mir doch angezeigt, dass die Tür, dass wir durch die Tür müssen, aber nicht. Müssen wir die da vorerst killen, oder müssen wir doch nicht durch die Tür? Ich glaub, wir müssen doch nicht durch die Tür. Dann war das nur der Treffpunkt, wo wir uns treffen sollen. Komm, man, noch... Ich bin nicht... Das... Die müssen... Und ihr habt die müsst' die Tür, und ich nicht war mir was ich damals oberáo habe, wie es dabei war! Prozent zu Tür zu Tür wie sagt uns nicht ich geh oben hin sie noch so ähnliche Taschenamt und ich nicht weil ich Tee gedruckt habe warte bis dann gehen wir du bist wo denn auch so ich bin zu tief nein wo denn sonst wir kommen tauschen da unten ist keine Anzeige aua die andere Tür Bewegung ah ok ich hab so ne Waffe down 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 boah alter und Granate einfach rein da ok weiter nach hinten aber schon dass ich hoffentlich noch hier bin ja ich werde extra weiter nach hinten das bringt so viel der eine ist hier bis an die Decke geflogen und ist an der Decke abgeprallt ne ich hab glaube ich noch seine Leiche gesehen ich glaube es war seine Leiche ah 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 hinter mir hinter mir seit mir boah Junge ich bin gleich down man frag mich mal ich bin unten auf dem Boden dropshotter so boah Junge Alter geil ich hab ihn lol das war mal geil ich bin unten ok gut dann kann ich auch mal hier hinterfüben brauchen ich habe nur mal was reflex ist weil waffen nachladen und ich habe noch mal auf hinter uns ich weiß dass neben die auch noch welche sind ja ich hatte gesehen habe ich noch nicht alle ausgeschaltet das doch gar kein ausgeschaltet ich habe viel ausgeschaltet gesparten ja ich habe nicht die besten augen garage wirst du das ich fahre ja nun mal so wir haben schon alle durchgespielt nee nicht alle oh mein gott oh mein gott ich dachte dass wir ein freund ist ich dachte das wirst du oh mein gott ich bin tot ich dachte es wirst du wir kommen du musst mich beschützen sehr tot also du musst ein bisschen verteidigen anschluss hat dieser ich dachte ich hab dich hier geht auf du wirst gleich gemessert ich dachte das wirst du ja klar weil ich auch auf einer vor dir bin ich war erst zu tief und bin wieder hoch gekommen ich war voll weit hinter dir sondern muni mitnehmen dann habe ich ja doch noch gemacht auf schließend bin ich doch und weg 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 doch hinten rand nach unten ich habe keinen heilung so fahr 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 ich war schon da das volle shooter hier fahr sind mir Leuteitz nachladen ich weiß nicht wohl lange ich fahren muss ich weiß ja wo du però ich war langsam ich fahr vernünftig so bin ich vor allem noch die Musik drin unterlegen nech Hier ist das richtig schön Radio angemacht und so Und das war's schon mit der nächsten Mission Oh, oh, das war's schon Mit der vierten, sieben Minuten mal wieder nur Keine Ahnung, irgendwie Die folgen wir dann mal kürzer hier Zumindest die Koop-Folgen Na gut, dann würde ich mal sagen, bis in der nächsten Folge von irgendwas Keine Ahnung Ja, also bis zum nächsten Mal, ciao Leute Tschüss